Ich sage jetzt einmal, es war ein geiles Gefühl. Wir haben das Spiel komplett dominiert. Ich traue mich zu sagen, es war ein geiles Gefühl. 6 zu 0 gespielt, das erste Spiel in der Bundesliga. Besser geht es nicht, glaube ich. Ich freue mich für die Mannschaft, dass wir heute ein super Spiel gezeigt haben, auch wenn wir uns am Anfang schwer da haben, schwierig hineingefunden haben in die Partie. Der Kobi uns zwei, dreimal super ins Spiel gehalten hat und wir das Glück, denke ich, heute einmal auf unserer Seite gehabt haben und nicht sofort bestraft worden sind. Und wir sind trau geblieben, haben meiner Meinung nach trotzdem aus dem Nichts ein bisschen die Tore gemacht und das hat uns aber dann das Selbstvertrauen gegeben und ich bin froh, dass es dann so gut gegangen ist. Ich denke, die Jungs haben mich gleich gut ins Spiel integriert. Ich hatte meine Aktionen, fast ein Assist. Ich denke, heute bei so einem Spiel ist es dann leichter, wenn man reinkommt. Alles läuft für uns und für mich auch ein gelungener Nachmittag. Wir haben endlich zu 0 gespielt, auch wenn es am Anfang gleich wieder anders aussehen hätte können. Da hätte die Stimmung gleich wieder kippen können, aber nichtsdestotrotz haben wir dran geblieben. Da haben sie noch ein 2-0, 3-0 super gespielt, auch wenn teilweise noch Fehler haben, dabei waren Unsicherheiten, die normalerweise nicht drin sind. Aber ich denke, das wird sich wieder besser und jetzt ist es besser dran und kommt zurück und dann kannst du mal aufwärts gehen. Wir fahren jetzt nach Wien zu Austria und dort ist genauso viel möglich wie da auch. Also wenn wir unsere Leistung abrufen, wird da sicher was drin sein. Wir fahren jetzt nach Wien. Wir fahren jetzt nach Wien. Bis zum nächsten Mal.